Das kostet mir auch kaum Geld oder so? Ich hab was für dich! Äh, da hat zwischendurch heilen gehen. Hab ich ja nicht irgendeine Tasse zum Ausweichen. Und damit ein wunderschönes Heidi, hallo Hallöchen. Auch hier melde ich mich zurück bei Borderlands. Ja, ich war jetzt leider ein bisschen krank, würde ich sagen. Dementsprechend sind leider ein paar Aufnahmen ausgefallen. Was ich jetzt gerade gesehen habe, gefällt mir gar nicht. Und zwar die ganzen Monster alle respawned sind. Vielleicht hätten wir erstmal durch den Eingang durchgehen müssen. Letztes Mal sind wir nämlich eigentlich schon hier durchgegangen. Da nach oben. Aber jetzt wohl nicht mehr so ganz. Jetzt müssen wir wohl den ganzen Weg nochmal gehen. Das klingt schon wieder sehr anstrengend und ich glaube wir werden wieder viel zu tun haben. Um diesen dämlichen verdammten Minentor-Schlüssel, wie ich letzte Folge hier geschrieben hatte, wieder zu finden. So. Natürlich nehme ich wieder zu abendlichen Zeiten auf. Also erstmal für mein Käffchen umrühren. Verdammt ist der Level heiß. So. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier irgendwie durchkommen. Geht es mir gleich direkt gegen die Badass-Dinger so gegen. Weil guckt euch das mal an, ganz ehrlich, was ich an Schaden kriege bei den Viechern. Das ist wirklich der Hammer. Da bin ich froh, wenn ich so ein bisschen... wo ich so ein bisschen meine Dings auch nutzen kann. Und weil ich natürlich voll raus bin. Also wieder reinkommen muss in die ganzen Sachen. Oh nein. Ich sag, ich bin voll raus. Oh, ich hab keine Munizung mehr. Ach ja, meine geile Sniper, ne? Stimmt, ja. Ich hab ja so eine mega gute Sniper jetzt gehabt. Also. Mit meinem Empfinden eine mega gute Sniper. Ich glaub, die ist eigentlich vollkommen von Arsch, aber... Für mich ist sie vollkommen ausreichend. So. Erstmal gucken, wie das jetzt genau nochmal abläuft. Ich bin natürlich jetzt nach der ganzen Zeit... vollkommen raus, ne? Ist ja... Ja, wie man mich erkennt. Erstmal gucken, dass hier das Video überall reinkommen. Respawn, die Sachen hier eigentlich auch? Stimmt, oder? Warte mal. Ne, von hier komme ich nicht. Ähm, was finde ich hier? Gar nichts. Ich glaub, hier waren Waffen drin, aber wenn ich mich nicht ganz täusche. Bisschen Munition noch. Noch mehr Munition. Da hab ich noch was übersehen. Gut. So. Pistole hat wieder was. Gut. Ach, hier hab ich auch noch meine kleine Ozi. Aber ich bevorzuge eigentlich die Pistole, wenn man so will. Oh, ein einfaches Guck. What the fuck? What the hell? Oh Gott. Hat er wieder das Mauke? Ja, Madame. Hatte ich den Alphas Cup am letzten Mal auch? Oh Gott. Alter. Kann ich nicht aufheben. Ich hab keinen Platz mehr im Moment. Dreck. Was ist das jetzt hier? Ih, ne. Ich wollte dich gar nicht haben. Ich hab schon eine andere gehabt, ne? Welche hab ich denn gehabt? Die ist besser. Ne, warte mal. Welche ist das jetzt hier? Der Repeater. So. Das ist ne kleine SMG. Das ist ne Pistole an sich. Hm, 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 hm. Oh mein Gott. Lass mal gucken. Ich muss jetzt mal durchsehen. Ich weiß leider nicht mehr, welche Pistole ich vorher hatte. Ich hab' hier. Ich hab' hier. Ich hatte' ich da vorher drinnen. Vielleicht hab' ich da jetzt mal ne Ahnung hatte, ne? Die sieht ganz cool aus. Auch ne heftige. Die macht doch irgendwie mehr Damage, wird die andere. Hm, was hab' ich noch? Was hier ist mit SMG? Okay. Ladyfinger war ja dann am Ende zu half in den Arsch. Wenn ich jetzt die mal auswähle, der kann ich also vergleichen, ne? Guck mal. Die hat wiederum mehr Zielgenauigkeit und mehr Feuerrat, aber macht weniger Schaden. Schaden wäre schon mal ganz wichtig eigentlich. Sniper ist irrelevant jetzt heute. Das ist ja ne Machine Gun. SMG. Ich hab' so viele SMGs. Okay, was ist denn bei Snipern jetzt gerade? Oh, ups. Ähm, Sniper mäßig ist meine jetzige eigentlich einiges besser. Ist okay. Und was hab' ich hier? Das ist ne... Schroffende, glaub' ich, ne? Ja, genau. Aber da hab' ich keine bessere, also kann ich jetzt mal alles an Waffen verkaufen gehen. Und ich hoffe mal, dass die Waffe, die ich jetzt ausgewählt hab', wirklich was bringt. Weil wenn nicht, dann ärgere ich mich nachher wieder richtig, aber das werden wir dann sehen. Erstmal gehen wir aus und gucken, ob wir die Sachen hier verkaufen können. Ich denk' mal jeder, der sich auskennt, denkt sich so, boah, was macht der denn da? Und dann... Dann halten wir schon, 22. Und jetzt 17, dadurch finde ich halt 18. Sogar zweimal. Okay, so Und dann haben wir ja Platz Und dann gehen wir weiter Ich hoffe mal, die bringen wirklich was, ey Ich bin gespannt Wie weit die mich nachher wirklich bringt Sollt ihr noch so ein bisschen Husten haben Jetzt so nebenbei Bezeit es mir bitte Ich bin halt leider immer noch nicht ganz so fit Warte mal Die ist sogar für den Schaden Noch ein bisschen besser von der Feuerrate auch Aber die Zielgenauigkeit ist halt für den Arsch Aber die Feuerrate ist wirklich geil Hm Eine größere Feuerrate Plus vier Magazingröße Ach, du bist ein Rückschussverringerung Mal Waffen zu, warte mal Okay, also sowas in der Art Hatte ich auch Ja genau Ich nehme mal die wieder Komm Wie man gesehen hat Sogar noch mal einen Ticken besser Dann nehmen wir einfach mal die Und hoffen, dass wir damit zum Ziel kommen Bisschen Sniper Munition Nee, wie also Ich hoffe mal Also ich bin jetzt mal lange wieder ein bisschen fütter Ich hoffe mal, dass ich jetzt ein bisschen auch wieder vorankomme Ich denke mal, ich klinge auch ein bisschen besser als letztens noch Ah, hier kommen noch die ganzen Mistviecher Die ganzen Psychos und so Oh Gott Oh Gott Hält'n ja auch Ja gut, so ein Badass-Psycho, ne Also Jo Ich mag meine Meine Dings Meine Fähigkeit Ich hab mich schon auf das Leben gerettet Eieiei Alter Er hat sich erstmal gesprengt Alles klar So Ich hab leider nicht mehr viel Sniper Munition Das ist echt kacke gerade Bisschen Pistolen Munition gefunden Hält'n natürlich auch nicht so lange Eieiei So ein bisschen Geld Bisschen Pistolen Munition noch Dann nehmen wir halt erstmal die Hält'n so ein bisschen was Sniper Munition ist gut Aber sonst haben wir nicht mehr so Wow Nicht mehr so viel Na wo ist er jetzt? Da Oh Gott, ey Bäm Das hat sicher wehgetan Na hoff ich für ihn So ein kleines Camp Gucken wir mal, ob wir hier nochmal was haben Aber wir kommen da sogar hoch, ne? Wie gut Ich hab da war ich letztes Mal gar nicht oben, ne? Oder war... Ne, ich war glaube ich nicht oben Knallt sie ab Hier mal, was sie alles überlegt Panna Geh weg Ah ja ja, das ist noch einer Ein Batters Psycho sogar Oh nö Oh gut, ich hab Aber grad mal näher Denkst wieder hier an meine Fähigkeit Töööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Wie kommt er noch? Wo ist er? Helt weg? Tack er in meine Tumme. Boah! Geht's in die Munition von Heim. Ganz im Ernst, ey. Boah, irgendwo sind noch welche. Was hat uns geklappt? Hier! Yo! Warte, jetzt schön mal ein bisschen. Ganz ehrlich. Mega anstrengend. Alter. Mega anstrengend, die Leute. Mal gucken, was haben wir da bekommen. Neue Pistolen. Die macht weniger. Die hat nur Zielgenauigkeit mehr. Also irrelevant. Mehr Granadenschaden. Und eine Sniper. Die ist auch nicht besser. Also irrelevant. SMG brauchen wir auch nicht. Derzeit. Man könnte sie zum Wechseln halt da behalten, ja. Wenn wir mal wirklich nichts mehr haben. Aber ansonsten würde ich sie halt wirklich weniger nutzen. So, kommen wir denn da irgendwie hoch? Nicht von den Kisten aus, ne? Mal gucken. Boah! Ist es doof, hier hoch zu springen, ne? Ne, komm mal nicht hoch. Wann habe ich immer so versehen? Ne. Okay. Also nicht. Gut. Ich würde sagen, wir gehen aber trotzdem mal rechts weiter. Da, wo wir eigentlich auch lang gehen wollten. Diese dämlichen Vögel, ne? Alle tot? Ne. Äh. Hat er sich gerade gesprengt? Tot. Äh. Gott. Viele kommen noch davon. Ist mir schon mal aufgefallen. Hätte ich dich nicht für gebraucht. Dann. Badass. Säure Skugg. Alter. Ich wollte es gar nicht mehr wollen mit den Figern. Na gut. So. Mal ein bisschen ordentlicher da rangehen. Mal ein bisschen taktisch. Mal versuchen. Auf jeden Fall. Sonst haben wir echt bald Probleme. Gerade auch von der Munition her. Mal super. Mal super. Schon verkackt. Mal super. Das war einer. Ein zweiter. Aua. Penner. ist ein medikit das hat sicher wehgetan ist noch eins eine kleine waffe wollen wir noch lange nicht da wo wir hinwollen mann auch da Puh, gut. Aber hier können wir ein bisschen looten. Ui, Munition. Man soll schön überall gucken. Also ich hatte noch mal eine Nachricht bekommen, wo ich da noch mal gucken sollte. Da gehen wir dann auch demnächst mal hin. Muss ich noch mal gucken, wo das genau war und was es genau war. Aber ich habe es nicht vergessen. Keine Sorge. Nimm das, du Arschler! Ei, ei, ei. Oh, erstmal nachladen, den Ernst. Was machst du denn? Penner. Oh, kein Ernst. So. Weg mir durch. Ich mag keine. Gut, ich glaube, das war's, ne? Oder war ich dahin durch? Ne, ich wurde unterbrochen, ne? Und ich wollte hier gucken. Oh, wie süß hier drinne. Gut, aber hier scheint nichts mehr zu sein. Ist hier unten. So ein Zelt. Ich glaube, hier war ich letzt mal auch schon drauf. Ja, da haben wir schon mal wieder fast eine ganze Folge verbraucht, nur damit hinzugehen. Also, tut mir natürlich leid. Aber, das habe ich halt so nicht bedacht. Ich muss hier also eh nochmal hindern. Aber erstmal gucke ich hier oben. Guck mal hier. Nehm ich gerne mit. Das schadet nicht. Guck mal hier. Guck mal hier. Nehm ich gerne mit. Das schadet nicht. alle mitnehmen und dann auf auf ins nächste gebiet in sledge safe house das wir können erstmal gucken dass wir immer besser was verkaufen alles so sachen die wir nicht brauchen die smg hier würde ich erstmal behalten die nicht shotgun mit 58 meiner 52 was dieses mal 12 bedeutet weiß ich nicht weil die hier macht zum beispiel 58 27 ist nicht so gut pistole auch nicht dann hat man bräunig errungenschaft fehler und der feuer hat nie ist an die historie und erst umgebe halte ich erstmal dann müssen wir mal gucken wie wir hier durchkommen wo wir sind wo das ich weiß nicht ob es hinführt ich habe keine ahnung hier geht es zurück hier geht es immer wieder hin schauen wir uns hier mal um ich denke mal nicht dass wir hier sein sollten hochskillpunkt ganz vergessen mehr schild stärke ist gut ach so anfangsraum ok was die karte ach du heiliger da hinten was die karte ist gut gott es gibt keinen drinnen zahlen oh Ja gut, das fängt ganz schön mal gut an. Sind wir dafür eigentlich schon stark genug? Ah, der. Meine Shotgun-Kenntnisse sind höher. Spreng mir das was? Meine Kenntnisse? Hab ich da immer was verpasst? Ah, umso mehr du damit spielst, umso mehr... Ah, okay. Ja gut. Hab ich natürlich nicht bedacht. Oh Gott. Ähm, ja. Gut. Ich meine, ich sterbe nur so ein paar Mal, das ist ja... vollkommen legitim. Kostet mir auch kaum Geld, oder so. Alter. Habe ich ja nicht irgendeine Taste zum Ausweichen? Oder habe ich irgendwas übersehen? Ah, ganz ehrlich. Buh. Klanwenden, Fahrzeugschub. Bewegen, seitwärts fahren, seitwärts rechts. Springen mit Leer, Rennen mit Umschalt. Ducken. Einfach wie ausweichen oder so? Alter. Ey, wo schießt denn der bitte durch? Klanwenden, kommst du nicht. Boah, geht der mir um den Sack, ey. Ganz ehrlich. Ich schalte sie aus. Oh, wieder. Muss ich vielleicht ein bisschen trainieren gehen, ist das irgendwie sinnvoller? Würde ich jetzt mal so ein bisschen hier und da trainieren gehen? Ich habe jetzt hier mit Leute gar nichts mehr, ne? Oder zwischen durch heilen gehen? Warte mal, ich hab so ein besseres Schild. Warte mal, ist das besser? Wer braucht für einen richtigen Arzt? Dies ist besser! So, und da muss ich, keine Ahnung, mal gucken, äh... Was ich mir vielleicht mal zwischendurch dann holen? Ich gucke die nicht! Boah, was soll das sein? So, keine Ahnung! Ich weiß nur, ich sollte ich glaube ich noch nicht sein, weil der ganz ehrlich Level 16... Der ist ein bisschen too much! Das bringt mir nicht viel! Lecker mio! So, die Gegner spawnen ja neu, ne? Oder nicht? Hm... Ich werde vielleicht mal ein paar andere Gebiete machen. Wäre vielleicht sinnvoller. Ich habe bestimmt noch andere Quests offen, oder? Guck mal, hier kann ich sogar abliefern. Wo denn? Zu Shep Sanders zurückgehen, okay. Dann hier mal so ein bisschen gucken, ob ich hier mal was machen kann. Und... Guck mal, der wird... 10... Schwierigkeit trivial... Normal... Ist ein trivial! Vermutlich nicht so hoch. So, was ist hier? Wo ist das hier mit dem Schlüssel? Das ist hart, okay, guck mal. Wir sind 14. Brauchen wir uns noch nicht hingehen. Ne, wir sind sinnvoller, wenn wir erstmal jetzt wie... Arid Badlands machen, das müsste ja nicht hier sein, ne? Ne, Arid Hills sind wir hier. Äh... Arid Hills, guck mal hier. Schätzejagd für Sniper, die können wir machen. Und die Moan Marley können wir machen. Also, ich würd's mal sagen, wir machen jetzt erstmal das. Oh, eine Sache sogar hier. Wenn wir schon mal hier sind. Dann kann man ja auch mal gucken, ne? Oh, wo? Hä? Oben drauf. Wir gehen mal kurz gucken. Als letzte Tat. Letzte Tat für heute. Haben wir jetzt mal ein paar andere Dinge. Weil das bringt ja so gar nichts. Wenn wir uns hier durchquälen, dann... ...wenn die für... ...wenn die für nichts, ne? Was schießt denn da jetzt? Be Mathe? Oh hab ich sitzt einfach. Oh, guck mal zurück. Komm, mal hier... Oh, schw reverber! Ich pick mal nun mal hier! Komm, mal hier! Waaaah... Denk mal! angezeigt ne? eine sache hier jetzt hier als sniper rifle aber wo hier oben? hier gefunden hier gibt es noch mehr hier gibt es wohl noch eine ganze menge mehr zu finden schon leer oder das gebiet hier allgemein gemeint weil eigentlich zeigt ja noch da was an ne? aber nur hier also ich denke mal hier wird noch irgendwo ein teil sein ich werde es nur finden lassen das heißt wir werden jetzt nächste folge mal gucken dass wir das letzte gewehr teil finden das wird mal nach und nach so ein paar quests hier noch erledigen die wir noch nicht haben ja beim abspannen wunderbar sehr schön ich hoffe auch heute trotz meiner erkenntnis dass ich noch gar nicht so stark bin hat es euch trotzdem gefallen lass uns dann in der nächsten folge wiedersehen bei borderlands vielen Dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal 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 bis zum nächsten mal